Ich halt mal kurz ne Ansprache, Mann. Ryan. Yo. Du warst jetzt ziemlich lange bei uns, Homie. Du hast bei einigen Aktionen dabei, Mann. Ja, Mann. Du weißt auf jeden Fall Bescheid, wie wir agieren, reagieren und was wir machen. Ja. So wie du in die Gang gekommen bist, so wirst du von uns gehen, Homie. Yo. Du weißt, wie das Prozedere hier abläuft. Es war uns eine Ehre dich kennengelernt zu haben, Homie. Ja, Digga. Man sieht sich hingegen wieder, Mann. Ja. Trips for life, Mann. Trips for life. Wir wünschen dir schöne Heimreise, Homie. Ja, euch auch, ne. Und viel Spaß weiterhin. Zerfick die Leute. Machen wir auf jeden Fall, Homie. Nice. Anlegen, Jungs. Rest in Peace, Bro. Yo. Goodbye. Bye. Bye. ein paar Minuten Amen. Amen. So Jungs, zu Ehren von Ryan schießen wir noch ein ganzes Magazin in die Luft. Auf gehts.